Traktor-Steuerungssysteme werden abgeschaltet. Traktor-Generator und Steuerung sind offline. Erledigt die Sturmgruppen und wartet auf neue Befehle. Sie schicken weitere Brigaden. Wir haben nicht viel Zeit, um die Turbolaser-Batterie abzuschalten. Aber genau das werden wir tun. Und noch mehr. Wir sabotieren die Hauptwaffe und verschaffen damit unserer Flotte da draußen einen Vorteil. Wir alle, die für die Freiheit gestorben sind!